Ein Huhn und ein Hahn, die Predigt fängt an. Eine Kuh und ein Kalb, die Predigt ist halb. Eine Katze und eine Maus, die Predigt ist aus. Geht alle nach Haus und haltet einen Schmaus. Habt ihr was, so esst es. Habt ihr nichts, vergesst es. Habt ihr ein Stückchen Brot, so teilt es mit der Not. Habt ihr noch ein Bröselein, so streut es den Vögelein. Wenn ihr das von Herzen tut, seid ihr brav und lieb und gut.